Okay, das erste Teil ist da drin. Was ist es? Haha! Ah, einen Moment, wir haben noch 82.000. Die Feuerrate, okay. Höre ich noch? Hier nichts, da, nur was Neues. Was ist das? Die Feuerrate ist sehr gut. Mehr Kugeln, noch mehr Kugeln. Du brauchst Kodokumpel, okay. Ich habe noch 12.000, ich kann dir was kaufen. Ach, ich wollte immer, ich vergesse immer, dass ich den Dodge kaufen wollte. Na gut. Sind wir sicher, dass dieser Plan arbeiten wird? Äh, ja. Kabel kann alles bauen, wenn wir ihm die Parten haben. Er kann Sexroboter bauen? Er hat mich gefragt. Du bist noch familiar. Oh. So. Das war wirklich alles. Oh, Punkte. Ja, Punkte, Punkte, Punkte. Oh. Was ist das? Kann ich hier rein? Ne. Kann ich wohl nicht. Scheiße, oder schade. So, wir haben keine Granaten mehr. Das ist sehr schade. Oh. Da hinten leuchtet etwas rot. Achso, das ist das, was wir kriegen sollen. Gut. Sieht aus wie in der Arena. Aha, das Sentinel-Part-Thingy, das wir brauchen. Great. Lass es kommen. Okay. Ich werde gleich kommen wie der Leute. Es muss noch ein anderes Power-Cell hier sein, um diesen Sentinel-Arm zu erzeugen. Okay. Das war ein Fall. Was ist mit den großen Händen? Sentinels. Sie haben dieses Island ausgelöst. Sie töten Millionen. Yee. Du bist nicht so ein Downer. Okay. Was ist das? Jawoll. Parcours vom Feinsten sozusagen. So, die Energiezelle hole ich mir gleich. Ich muss erst mal gucken, was da noch drüben ist. Das will ich noch gucken. Das will ich vorher noch einsammeln. Die Tacos und die Punkte. So. Jetzt kann ich den Dot kaufen. Sehr gut. Okay. Let's find a thing to put this thing in. Okay. Macht er jetzt einen Witz? Über das reinstecken? Ich steck mal mein Ding da rein. Okay. Aber ich dachte... Ich dachte, da finden wir jetzt das Teil. So, wir müssen es aber nach oben packen wahrscheinlich. Wir müssen da bestimmt nach oben hin. Oder? So, vielleicht? Ja. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu steil. Wir müssen da nämlich drüber, glaube ich. Irgendwie. Wir müssen da nicht hoch. Okay. 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 So. So soll das funktionieren, oder? Ähm. Was? Was war das? Hahaha. Was? Äh. Okay. Vielleicht ist ja ein Weg frei. Jetzt? Nee. Auch nicht. Müssen wir da nicht hoch? Wir müssen da hinten lang irgendwo. Komm ich da. Nee. Oh. 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 Ach, hier geht's rein? Ach, Mensch, hab ich nicht gesehen, weil es zu dunkel war. Bam! Yeah, Tacos! Wer schießt? Oh. Ich sammle jetzt mal die Punkte ein. Hey, was wollt ihr denn? Bäm! Los! Los! Okay. Ja, aber wo rein jetzt? Das ist die Frage. Da hoch vielleicht? Hier sind noch Punkte. Oder hier. Ah, hier ist was. Öh. Ja. Achso, das ist der von der anderen Seite. Hab ich schon mal gewundert. Ich bitte, wir wollen da hoch, so. Da, so. Das sollte eine gute Brücke darstellen. Oder? Ach, jetzt weiß ich. Ja, ja, ja. Äh, nein, so. Einmal den Ämchen hoch, dann Ämchen. So, ist lustig, dass die noch funktionieren. Also die unabhängig, die Arme. Vom Roboter-Kopf. So. Jawohl. Punkte, Punkte, Punkte. Was? Oh, der ruckelt's. Einen neuen Abschnitt kommt dann ruckelt's immer so ein bisschen. Der Schnetzel-Gyros-Kaibab. Aus Fleisch. Menschenfleisch. Ich sollte mal so ein Monster spielen oder so. Die ganze Zeit geschnetzelt ist aus Menschenfleisch. Lass mich dir durch. Na, okay, dann nicht. Hier was irgendwas Besonderes? Nein, natürlich nicht. Aber hier runter. Ach, da hinten. Achso, falls wir vergessen haben, wo der ist. Kable. Ja, Kable. Du hast das erste Teil gefunden. Wuhu. Excellent. You're one step closer to your demise. There is another part I need before we can get started. Oh, ye of little faith. You should be able to find it north of here. Now get your ass moving. Okay. Also da hoch. Gut. Ich hol mir erstmal die Munition. Aber ich nicht. Okay. Hier brauche ich auch nicht. Dann gehen wir weiter. Und ich schalte erst noch auf meinen normalen Knarraum, weil ich die gute Munition nicht verbrauchen will. Hier rein. Hier ist auch alles dicht. Sehr gut. Oh. Oh. Ja, das sieht ein bisschen... Yeah. Jetzt. Ich hätte aber gehofft, den anderen besser zu treffen. Den Tank. Tomaten dennoch. Achso, jetzt sind zwei Tanks. Ich fühle mich ungefähr schlecht für dich. Los. Schnitz. Schnatz. Schnatz. Ich hau dir auf die Bots. Ja. So, ich glaube, ich muss mir auch mal so ein paar Katana zulegen. Und ein paar Übungen machen. Ja, ja, ja. Ich glaube, die sind schwer, die Dinger. Katana. So. Punkte, sehr gut. Punkte können wir... Ach, wir haben 33.000. Mal gucken, was wir uns noch kaufen können. Keine neuen Upgrades. Okay, keine neuen Upgrades. Kohle, 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 Kohle. Okay. Wir müssen sparen. Geht's hier weiter? Nee, ne? Doch. Da muss es weitergehen. Okay. E-Mail-Upfer aufgeregt. Was steht da? Was steht da? Was steht da? Lehn's herm Museum of Science Industry. Lehn's her. Okay. Der. Aber die sind echt hart, die Gegner jetzt. So im voranschreiten im Spiel. Die hört ganz schön was aus. Halt! Wo bin ich? Wo bin ich? Na, hier bin ich. Steck ich mich hier? Meine Regeneration-Samatte auszunutzen. Katsching, katsching! Wo ist er da? Allerdings, frage ich mich auch, ey. Was der alles abkriegt. Dann müsste der doch schon längst ein eigenes Magazin im Kopf haben. Hm. Tacos. Hab ich nur nie gegessen, um ehrlich zu sein. Tacos hab ich nur nie gegessen. Aber mexikanisch ist ja, glaube ich, sehr beliebt in Amerika. Tacos, Burritos und sowas. Ah, da hinten ist was. Bevor ich da hingehe, gucke ich nochmal auf der anderen Seite, weil da waren nämlich noch Punkte. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Oh. Hallo, ihr Lieben. Bäm. Das war's. Ach hier, ach so, da müssten wir doch zuerst in die andere Richtung. Gut, wusste ich nicht. Neue... Schrot-Munition. Ja, ich möchte auch mal so springen. So ein Doppelsprung in Real Life wäre richtig genial. Huch, da waren wir noch was. Ach nee, das sah nur so aus. Ich dachte, da hätte ich Geld liegen lassen. Aber das geht ja, geht ja gar nicht, dass ich Geld liegen lasse. So. Oh, voll. Ich habe hier gesprungen. Ach so. Okay. Na dann, äh, dann, äh. Wenn das mein Lieblings-Power-Cell ist, dann... Weiß ich auch nicht, was ich mache. Guck mal hier. High-five. Kollege. Steck mich rein. Ah. Zack. Oh. Oh ja. Können wir das nochmal machen? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Okay. Okay, habe ich dreimal geschossen? Nee, ne? Ich habe noch mehr geschossen, oder? Granate. Ja. Oh, jetzt kommt der Tank. Scheiße. Okay, warte. Kawabunga. Kawabunga. Nee, das sind die anderen. Kawabunga machen die, äh, mit Teenage-gemürten Ninja Turtles. Oh. Oh, das ist ja. Oh. Oh, der, der. Ja. Bäm, Gender. Das klingt wie... Spaß! ok den gehen wir den spruch man nicht ich bin ich hänge ja hier oben geht die 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 schroten daran dieser sowas von übertrieben groß ja danke da war sie selber ist irgendwo eine zelle energiezelle hier ist ein kopf von den sentinels geld vergessen ja ja warte ich will es noch nicht fürs vater geht gibt mir noch ein tipp wenn er will wenn du in angst davor ist dass ich richtig mache oder nicht kann auch immer tipp geben ja habe ich schon hier da da war es so weiter ah mist voll ihr den die alter ich hätte die anderen nehmen müssen so eine scheiße lucky lucky wer schießt ich komme nicht durch wo muss ich lang nach hier runter die einfachen wege sieht man nicht ja wer sonst hier bitte für dich zurück ja weil hier oben ist alles einsammeln gemütlich hier bin ich guckt doch jawohl erledigt so hier haben wir die zelle hier lang hier lang hier lang ah hier ist es reinstecken ja geil aber die gehen nicht kaputt aber ich kann auch noch nie nach oben jawohl was das oh da oben seltsame musik im hintergrund okay guck hier nochmal kurz rein da oben alles auf auf All right, let's go grab that last part for Kate. Two extra slices for just $9.99. Unten, dann geht's da hinten auch hoch. Hier oben ist das Teil, ne? Das hin ist der Teil. Jawohl! Geil! So, gehe ich hier mal lang. Oh, neuer Abschnitt. Granate! Ich mag die Granate. See ya! Guck mal, wer da ist. Jawohl. So, darunter? Ja, darunter. Neue Punkte, Munitionen, okay, alles voll. Oh, das ist der Tank. Ach du Scheiß, ach du Scheiß, was ist das? Komm her! Bam, 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 bam! Oh. Geld! Geld, Geld, Geld! Jawohl! 100.000, so ein bisschen spare ich noch, weil ich diese andere Knerre noch kaufen möchte, die für 200.000. So, hier auf die normale Knerre wieder umschalten. Gable, ich bin's, ich hab'n neues Teil. Gable, ich bin's, ich hab'n neues Teil. Oh. Oh. Oh ja! Badadadam-sam. Oh, Flo, wo noch rum? Da, und du komm her. jawohl geil okay lustig jawohl schnitzeltime oh wir fliegen wieder okay machen wir es oh ja voll draufhauen äh was ach du okay da unten auch von oben wieder was zum teufel btf ha 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 random pain guck guck bland don't look at me this is all cables idea we told them this is a bad plan yeah we we for the guy Oh! 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 Hey, hey! I think I'm getting the hang of this! Yeah, I know. I don't think so. Dumb! See? Best plan ever! Yeah! We told Cable this is a good plan. Flawless execution. Perfect timing. One of our finest moments. I did poop a little. All part of the plan. Hahaha. Sure, we're a lot of expensive setups in that level. Hope Peter's okay with the budget. Budget? We'll show him budget. Yeah! Watch this! Was zum Teufel? Hey, there's Rogue! Flying just like us! Flying right at us! Dippo, look out! Hahaha. Hahaha. Hang on! You can fly! Just fly away! Fly away, little Rogue! Sinisterous here! I can feel him nullifying my powers! I can't hold on much longer! Just hang on! Hang on! Hang on! Hang on! Yeah, ne, is schon klar! Geil! Okay. Das kommt ja auch und so in die Queere. Immer... Ah, immer machen die Frauen Probleme. Don't... Hold tight, Rope! I'm killing these bastards! His bastards like that! Oh, Granate. Gotcha! Wait till Sinister gets his hands on you. Isn't that blockbuster? Shit! That's not good. This is gonna hurt! Oh! I gotta get my head out straight! Nice ass! Wait. That's our ass. Then we need to find our arm to twist the head back on. Hahaha. Unser Kopf ist total verdreht. Oh, Scheiß! Oh! Oh. Oh. Oh, die. Oh, die. Meiner Arm! Oh. Oh. Meiner Arm! Meiner Arm! Oh. Oh. I will shoot you, Bubu. About your balls to lick. Come. Come lick my balls! Was? Die Steuerung ist auch komplett umgedreht, also ich muss echt das alles ist echt ungewohnt Okay, good boy, who's your good doggy? That's right, Sid! Ha! Now to find the X-Bade! Who? You know, broke! Spread out! He's gotta be down here somewhere! No one could survive that! He's dead! Just shut up and look! We gotta confirm with Blockbuster! Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann! Tschüss!